Herzlich Willkommen zurück, schön, dass ihr da seid. Ich bin's, euer Sly und sind wir auf dem Weg wieder nach Hause. Wir haben eben gerade aufgehört. Hier geht's Akku. Mal schauen, hier haben wir noch Coruscant. Wir können jetzt... Ja, komm, wir machen die letzte... Ja, wir müssen jetzt alle Fähigkeiten haben. Wir könnten jetzt, glaube ich, jeden Planeten einmal komplett aufdecken. Behaupte ich. Es fühlt sich so an, weil... Obwohl wir immer noch nicht das überbrücken können, ne? Ja. Das Überbrücken ist noch nicht drin. Aber mein Glück ist es da auch gleich. Ich wollte mich, glaube ich, sagen, so den letzten Rest mache ich, wenn ich alle Fähigkeiten habe. Aber irgendwie fehlt die Strom, aber noch. Ne, eben gerade auch. Ja, ja. Das geht immer schnell, ich weiß. Oh, something missing, oder? Schau, vielleicht gibt's ja die Stelle in Jetta gar nicht. Was? Was ist das, wenn ich rausgehebe? Gott. Ich weiß, was ich zu muchísimo... Oh, keine Ahnung. Ich weiß, ich weiß, wie ich nicht zu. Ich weiß, wie ich in der Zeit hatte. mittlerweile komme ich hier oben lang ich wusste nicht dass ich so viel übersehen hatte das ist das stromteil aber hier komme ich jetzt hin schon wäre verlockend mal die tür auf dann speedporte ich mir einmal an den interessanten stellen ich sehe auch gerade neben einem raum scheint auch noch etwas zu sein wo ich mich hochziehen kann also wenn ich da einen sagen wäre ich selber schuld schon heißt ja doch hier noch irgendwie eine rolle oder so mal guck mal hier sind ein meister cordova hat eine beiträge zum letzten forum sehr gelobt schwester er ist ein genialer scholar und ein kühler wir sollten sein ansehen nicht unterschätzen sehr lieb möchtet ihr einen heiligen schatz betrachten ja das passt zu euch das wird mir nützlich sein die weisheit die ihr beschafft habt ist ein segen für uns alle das nehme ich irgendwo für bräuchte ja alles andere hilft mir auch nie weiter so jetzt sind wir den porter schnellreise ich glaube hier war das ne ich will es gibt noch diese eine stelle wo ich nicht hinkam ich glaube dass das letzte ding für der mitte des planeten das hätte ich schon gerne fühle ich schon ganz hart sehen vielleicht oben der genau muss da oben irgendwie somehow nie to get up there ich werde so rumgekommen gris wird es nicht zugeben aber er hat dich vermisst ich habe ihn auch vermisst aber wenn du ihm das sagst das müsstest du es bereuen hab verstanden so hier müsste ich jetzt eigentlich rüberkaufen hoch ja 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 Ich muss doch auf die Annozelle Aaaaah Ich kletter auch rüber, kein Problem, kriegen wir alles hin. Da habe ich mir auch noch den letzten Millimeter festgehalten. Ich will ja nicht meckern, aber hu hu hu. Chunky. Äh? 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 Oh, das ist doch da rechts, ja. Einer von denen fehlt mir noch. Ich meine, ich kann es gerade hoch in uns feststellen, klar. Aber jetzt schon kann das der gewesen sein. Got you? Miss you? Got you? Okay. Jeder andere hat irgendeine Form von... Oh. Ich glaube hier, der da. Da musste ich hin, ne? Hm, now I see that. Hm. Spicy boy. ι O ma... workplaces Will uns den klapp verwarten Wir sind so'n, ja. Tja, tja, tja. Tja, 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 tja apocalypse. Tja, 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 tja. Tja, o ma... Tja, tja, tja. Wir müssen uns reisen zusammen mit uns allen am meisten. Weiter! Vorsichtig! Mach dich kampfbereit! Bleib wachsam! Du musst dich heilen! Beeilung! Gern geschehen. Gern geschehen. Ich helfe wo ich kann! Hier Freunde, ich helfe wo ich kann. Ob hier musste ich jetzt? Ja toll, das konnte ich nicht einfach so stehen lassen, ne? Du hättest nicht herkommen sollen. Ich werde es schnell zu Ende bringen. Einerseits her. Schloss mit Ausweichen! Hör mal! Was war das denn gerade? Keine Macht, nichts im Gange? Mir hat schon grad ein bisschen scheiße gefühlt. Ich mach' den einfach kaputt mit. Was will der denn machen? So, hack mal. Mach' mal auf da, BD! Hölzer. Hm-hm. Kann man Stab Hölzer machen? Some counter like. So, was hab' ich denn hier? Hm-hm-hm. Na, dann gehen wir doch mal die Seite rein. Schlück' je Tee noch dabei! Ich seh' da unten ein Bein! Zusammen! Das war der letzte unserer... Sie sind auf dem Bleibgewicht! Mann, wir haben ja doch nicht Wüste schmutzig. Sag mal, was erwartet ihr eigentlich? Aber das waren sicher nicht die letzten. Als ob ich jetzt die groß kämpfen werde. Pfff. Hm. Das war wahrscheinlich der andere Weg dahin. Naja, machen wir erst mal. Erstmal schieben wir die Kugel. Kugel schieben. Ich hab' die Kugel dann noch nicht mehr hier. Ha, ich muss erst mal gucken. Anscheinend haben diese Gröbeleien letztlich doch einen tieferen Sinn. Vielleicht sollen diese Prüfungen ein verstichtes Muster unter dem Sand dieser Wüste offenbaren. Ich hab' die Kugel gearbeitet. Alles klar. Das Tier ist heute einfach so schwer zu tun. Was bedeutet die Kugel für den Bord trinkt? Und was bedeutet die Kugel? Ich hab' die Kugel gemacht. Ich hab' die Kugel aber schneller geschlagen. Ich hab' die Kugel gemacht. Es wird also gleich aufhaltig sein, ich hab' die Kugel gemacht. Ich hab' die Kugel gemacht. Ich hab' die Kugel gemacht. Es wird auch weg und einfach zu haben. Ich hab' die Kugel gemacht. Halt nicht! Wenn er nicht möchte. Wo? 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 Was ist das? 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 Ich habe keine Zeit für euch, Mensch. Was ist das? 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 Was? Was ist das? Was ist das? mal gut dass ich freiwillig hier den ganzen schritt so machen kann wie ich will knapp du so der porten uns dann noch ins gebiet und dann sehen wir uns ja